Ey, kennt ihr das, kennt ihr Karottengemüse? Kennt ihr so, wenn man das einfach im Kochtopf kocht oder sowas? Also einfach Karotten irgendwie so anbrät und dann kocht in so einem Kochtopf? Warum hast du gerade so viele Worte benutzt, um einfach nur das Wort Karotten zu sagen? Nein, Karottengemüse, also so ein angebratenes, angekochtes Karottenzeug halt. Ja, ich kenne Karotten. Ich kenne nur Karotten, aber was ist Karottengemüse? Meinst du Suppengrün oder? Ja, Karottengemüse ist halt dann einfach das Nette, bei uns in der Familie sagt man Gemüse, also wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man jetzt sagt Ofengemüse, wie beim Johnny jetzt, dann wäre das bei uns halt einfach angemachtes, fertig gekochtes Gemüse. Gemüse ist dann ein Synonym für ein fertig gekochtes Gemüse sozusagen. Wenn man Karottengemüse sagt, meint man halt ein fertig gekochtes Karottengemüse. Aber da geht es mir darum, dass es halt mir zu süß ist. Ich hätte auch einfach sagen können, Karotten gekocht sind mir zu süß. Ja, aber karottengekochtes Karottengemüse ist wieder absolut krank.